Ja, einen schönen guten Morgen. Ich will heute gar kein neues Tutorial vorstellen, sondern ganz kurz über die vier Videokonferenzdienste sprechen, die jetzt an der TU Dresden für das Sommersemester zur Verfügung stehen. Die Abfragen für die kommerziellen Dienste GoToMeeting und Zoom, die jetzt schlussendlich geworden sind, laufen im Moment. Und daneben haben wir aber Jitsi und SpeakBlueButton als Videokonferenzlösung für, ich würde jetzt mal grob schätzen, 80 bis 90 Prozent der Lehrveranstaltungen und als mögliche einsetzbare Videokonferenz-Tools. Mit anderen Worten, wir stehen extrem gut da. Vielleicht ganz kurz etwas zum Einstieg zu den einzelnen Konferenzsystemen selbst. Und zwar in dieser wunderbaren Übersicht, die hier zur Verfügung gestellt ist und die ich im Kommentarbereich verlinke, ist es so, dass Sie sehen, wir haben Jitsi, BigBlueButton, GoToMeeting und Zoom. Und zwar in der Reihenfolge der Skalierung, wie groß die Teilnehmerinnenzahlen in den Veranstaltungen sein können. Und ich würde Ihnen ganz gern folgende davon mal ein bisschen ablenken, weil das wahrscheinlich das Erste ist, auf das man schaut. Es ist aber gar nicht das entscheidende Merkmal. Das entscheidende Merkmal ist tatsächlich, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über eine stabile Internetverbindung verfügen, die Ihnen erlauben, an Konferenzschaltungen teilzunehmen. Sollte das nicht der Fall sein, kommen faktisch mit einem Schlag nur synchrone Formate im Chatformat in Frage oder aber die Konferenzsysteme GoToMeeting und Zoom. Weshalb? Weil Sie die Möglichkeit einer Telefoneinwahl bieten, sodass auch Teilnehmerinnen ohne stabile Internetverbindungen an Konferenzschaltungen teilnehmen können, während Sie zum Beispiel eine PDF-Präsentation an Ihrem eigenen Rechner verfolgen, die Sie in eine Matrixgruppe einstellen. Also das ist nur einmal so ein Nutzungsszenario. Und diese Telefoneinwahl bieten im Moment nur GoToMeeting und Zoom und alle anderen kommerziellen Dienste, die Sie, wenn Sie einen privaten Account haben, nutzen können sollten. Warum auch nicht? Denn datenschutzrechtlich ist im Moment Zoom die Umgebung, die am bedenklichsten ist. Das heißt, alle anderen Lösungen, die Sie finden, reihen sich danach ein. Gut, also dieses Kriterium spricht eindeutig dafür, dass wenn Sie eine Teilnehmerin in Ihren Veranstaltungen haben, egal wie groß die sind, dass Sie dann den Einsatz von GoToMeeting und Zoom in Erwägung ziehen sollten. Sie sollten aber gleichzeitig wissen, dass die Verbindungen, die dann zu GoToMeeting und Zoom aufgebaut werden, sich nicht für vertrauliche und interne Beratungen, Prüfungen und zum Beispiel Promotionsverteidigungen eignen. Denn dafür empfiehlt die Universität ausdrücklich BigBlueButton. Okay, vielleicht ganz kurz zu den einzelnen Diensten. Fangen wir mal mit Jitsi an. Jitsi ist ein sehr schönes Tool, das in die Matrix, in die Räume, also in den Matrix Web Messenger bereits implementiert ist. Meiner Erfahrung nach läuft das mit bis zu fünf Teilnehmerinnen sehr, sehr, sehr stabil. Andere berichten von zehn Teilnehmerinnen. Einzige Voraussetzung bitte, kein Firefox. Und zwar von niemandem, der an dieser Besprechung teilnimmt. Verwenden Sie bitte ausschließlich Chrome oder einen Chromium-basierten Browser. Das wäre zum Beispiel Microsoft Edge in der aktuellsten Variante. Funktioniert vollkommen reibungslos, reicht für Kleinabsprachen und so weiter und so fort. Mein Favorit hingegen ist eindeutig BigBlueButton. Ich hatte das schon vorgestellt hier ganz kurz. Noch mit dem alternativen Testzugang. Beachten Sie bitte, dass sich das geändert hat. Das zeige ich gleich im nächsten Schritt. BigBlueButton ist von der Funktionalität her so aufgebaut, dass es durchaus mit den kommerziellen Anbietern GoToMeeting und Zoom mithalten kann. Überzeugt mich sehr, macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Das Einzige, was im Moment noch nicht implementiert ist, ist eine Aufnahmefunktion der Konferenz. Das können Sie durch ein einfaches Screen-Recording-Tool aber lösen. Die gibt es wie Sand am Meer. Da ich seit Jahren auf den PowerDirector setze von Cyberlink, ist dort ein Bildschirm-Aufnahme-Tool implementiert, das ich unter anderem benutze, um, wenn Studierende dem zustimmen, um die Sprechstunden und Gespräche, zum Beispiel bei Whereby, aufzuzeichnen und ihn dann als Video zur Verfügung zu stellen. Das ist ein kleiner Service, der sehr gut ankommt. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Jetzt, wie kommen Sie zu BigBlueButton in der aktuellen Umgebung? Benutzen Sie, gehen Sie einfach über diese Übersicht der Konferenzdienste. Und hier sehen Sie BigBlueButton bereits verlinkt. und werden weitergeleitet zum Self-Service-Portal des ZEHs. Und hier buchen Sie ganz einfach einen Videoraum für Ihre geplante Veranstaltung. Das dauert jetzt ein bisschen. Sie sehen das schon. Sie müssen hier im Wesentlichen alles, da Sie sich über das ZEH eingeloggt haben, nur noch den Titel der Veranstaltung eingeben, Ihre Telefon- und Dienstlefonnummer. Und da reicht die Kurzdurchwahl an der TU Dresden und die Teilnehmerzahl. Und dann wählen Sie, sehen Sie hier schon, die verfügbaren Zeitslots für die Veranstaltung, die Sie wählen können. Sie bekommen tatsächlich umgehend eine E-Mail zurück mit einer sehr interessanten Zugangsoption, über die ich mich sehr freue. Erstmal einen Link als Moderator. Also das heißt, dass Sie dann den Konferenzraum organisieren und moderieren können. Das nächste ist ein Link für Teilnehmerinnen mit ZEH-Login. Und dann bekommen Sie einen Link für Teilnehmerinnen ohne ZEH-Login. Das heißt, mit BigBlueButton können Sie im Idealfall, wenn die Kapazitäten der Räume ausreicht, 80 bis 90 Prozent der Lehrveranstaltungen realisieren, wenn Sie auf Konferenzlösungen setzen. Wie in einem anderen Video schon gesagt, würde ich das nur für einen Bruchteil der Veranstaltung selbst überhaupt in Erwägung ziehen, sondern immer empfehlen, asynchron zu arbeiten. Das heißt, Material vorzuproduzieren und dann im Matrix-Web-Messenger das Material zu besprechen, entweder in einer kleinen Konferenzschaltung oder aber auch im Chat. Das funktioniert wunderbar und wird von Studierenden auch sehr gut angenommen. Jetzt die Frage, wozu brauchen Sie denn überhaupt GoToMeeting und Zoom? Dazu gehe ich nochmal schnell auf die Seite zurück. Den wichtigsten Punkt hatte ich schon genannt. Sobald Sie Teilnehmerinnen haben, die kein stabiles Netz haben und darauf angewiesen sind, synchron miteinander zu kommunizieren, bleiben Ihnen im Wesentlichen durch die Telefoneinwahl nur die kommerziellen Anbieter. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, dann sollten Sie diese professionellen Tools einsetzen, wenn Ihre Teilnehmerzahl in der Veranstaltung über 50 liegt und Sie gleichzeitig ein synchrones Format benötigen. Mir fällt es sehr schwer, sich vorzustellen, in welchen Umgebungen das überhaupt der Fall ist. Selbst wenn Sie Vorlesungen halten mit einer großen Teilnehmerzahl, kann es durchaus sinnvoller sein, diese vorzuproduzieren, dann in einen Matrixraum einzustellen und zum Beispiel von den Studierenden im Chat gemeinsam mit Tutorinnen und Tutoren diskutieren zu lassen oder Kleingruppen zu bilden im BigBlueButton und diese dann zu benutzen, um bestimmte Gespräche über das Material zu führen. Wir haben zum Beispiel eine große Einführungsvorlesung im nächsten Wintersemester, wer weiß, ob die Lösung dann noch relevant ist, mit 400 Teilnehmern und schon da wären auch GoToMeeting und Zoom überfordert. Also das heißt, schon dann müsste man noch andere Lösungen finden und es kann durchaus sein, dass man nie an den Punkt kommen wird zu sagen, dafür war jetzt Zoom die ideale Variante oder GoToMeeting oder BigBlueButton. Was ich hoffe und Sie sollten sich jetzt nicht auf eine Lösung einschießen und sagen, meine Lehrveranstaltungen gehen nur mit GoToMeeting, denn da habe ich eine Aufzeichnungsfunktion und dies und das und jenes. Die kommerziellen Dienste gleichen sich alle, die nehmen sich alle nichts und BigBlueButton und BigBlueButton steht dem bis auf die Aufzeichnungsfunktion in nichts nach. Das soll heißen, dass jetzt in den nächsten Tagen und Wochen werden Sie andauernd Videokonferenzschaltungen erleben und diese werden immer auf einer anderen Plattform laufen und für Sie wird sich ein Gewöhnungseffekt einstellen, weil Sie irgendwann alle Tools gut kennen. Und darauf steuern wir jetzt im Moment langsam zu. Sehen Sie nicht, dass Sie sich auf eins beschränken, sondern bleiben Sie flexibel, was die Auswahl der Konferenztools angeht. Nur so viel, GoToMeeting mit tausend Lizenzen jeweils für GoToMeeting und tausend Lizenzen für Zoom sind wir an der TU ausreichend versorgt. Mir fallen nicht viele Szenarien ein, in denen wir diese Lizenzen tatsächlich benötigen, denn alles ließe sich theoretisch auch mit Jitsi und BigBlueButton realisieren, wenn wir von interaktiven Formaten ab 50 Teilnehmern mal absehen. Aber gehen Sie in sich selbst und denken mal darüber nach, wie oft Sie in einem Konferenzraum mit 250 Teilnehmern saßen. Von großen Gremien einmal abgesehen. Gut, in diesem Sinne, das ist eine ganz kurze Vorstellung gewesen dieser Tools. Noch einmal die wichtigsten Punkte. Entscheiden Sie bitte oder achten Sie bitte darauf, dass sich Teilnehmerinnen eine stabile Leitung haben. Das heißt möglicherweise, sobald Sie es nicht gewährleisten können, achten Sie bitte darauf, dass die Möglichkeit zur Telefoneinwahl besteht. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und überlegen Sie bitte noch einmal, welche Formate synchroner und asynchroner Lehre tatsächlich relevant werden für Ihre Kurse und an welchen Stellen Sie synchrone Formate überhaupt einsetzen und dann in welcher Größenordnung dieses synchrone Format skalieren muss. Bevor Sie jetzt sagen, ich brauche für meine Professur fünf Zoom-Lizenzen. Also das heißt, es könnte sogar durchaus darauf hinauslaufen, dass man pro Professur einen Zoom-Zugang oder einen Go-To-Meeting-Zugang gebrauchen kann. Plus diejenigen Lehrenden, die unter Last, Hochlast große Veranstaltungen fahren und die zentralen Einrichtungen, das wären bei uns zum Beispiel das LSK für den Fremdsprachenunterricht oder die zentralen Bereichsstrukturen noch Lizenzen in Rückhalt haben, um im Bedarfsfall weitere Kapazitäten zu schaffen. Ja, aber noch einmal, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Diese Übersicht über die Videokonferenzdienste ist sehr gut und gibt Ihnen einen sehr schnellen Einstieg. Und alle Tools bis auf Zoom und Go-To-Meeting, glaube ich, habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Aber im Zweifelsfall schauen Sie einfach das Videokonferenz-Tool Hangouts Meet an, das ich Ihnen schon in dieser kleinen Reihe vorgestellt habe. Die unterscheiden sich nicht voneinander und funktionieren alle gut. Ja, in diesem Sinne einen guten Tag und ein schönes Wochenende und vor allen Dingen in der nächsten Woche einen hoffentlich gelingenden Semesterstart. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch